Liebe Freunde des Doppelmarktes, ich darf Sie, verehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadtfechter und Sie, verehrte Gäste, die Sie aus dem Oldenburger Münsterland, aus Niedersachsen, aus Deutschland, aus der ganzen Welt hierher nach Wester eingereist sind, sehr herzlich zum diesjährigen Stoppelmarkt begrüßen. Liebe Stoppelmarktfreunde, der 718. Stoppelmarkt, der Stoppelmarkt 2016, ist eröffnet. Vielen Dank.